Jede Woche die besten Angebote im Sale. Checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung ab. Spart zusätzlich noch 3% mit dem Rabattcode FIFA Brot. Ich bin im Loch. Ich überlege gerade, was ich für Stolkoff, äh, für Stolkoff sage ich schon. Was ich für, ähm, Sucker mir kauf. Ja, moin moin Digga. Wie wär's denn mit mir? Tore ist krass, ja man, aber teuer. Was mit Eto? Eto hätten wir schon mal gespielt. War gut die Karte. Holgerinja. Was für einen Spielertyp willst du? Ich entscheide gerade zwischen Dalgisch mit und Ronaldinho. Aber ich tendiere gerade eher zu Dalgisch. Du scheiß Kanisterkopf. Nicht dein Ernst, oder? Ich mein, selbst wenn ich mir einen Ronaldinho für 3,2 Millionen hole, hätte ich immer noch 700k zum Traden, das langt. Was mit Ori? Oh, nee, Ori ist raus. Du? Hast halt mal überhaupt gar keinen Plan. Oder hol dir Pelé. Pelé ist so krank gestiegen, ne? Pelé ist richtig heftig gestiegen, Mann. Ha, Sola ist auch nice. Gibt's von Sola schon Moments? Oh, Ronaldinho will wissen, wie der ist. Ja, Casey und Divo schwärmen von Ronaldinho. Ist Ronaldinho beweglich? Digga, hat er gerade allen Ernstes gefragt, ob ich beweglich bin? Wenn einer für 3,1 kommt, kaufe ich ihn sofort. Jetzt ist nur noch einer da. Sollen wir den für 3,2 mitnehmen? Aber nett, dass er dann nachher wieder billiger am Start ist. Hol ihn doch einfach. Wie ist denn seine Bilanz? Einspielen, Null Tore, Null. Wer macht sowas? Kannst du überall schießen, ne? Ja, okay. Ja, gut, okay. Boah, der war drin. Der war drin. Mit links. Hey Marco, wie geht's dir? Alter, was war das für ein verschickter Ball? Tschüss.